Willkommen zurück, dass wir Dragon Age Inquisition letzten Part haben ein paar Zahnräder eingesetzt und sind dabei, naja, noch weiter in die tiefen Wege runter und heute wird's noch tiefer runter gehen. Ist bisher recht geradlinig, was nicht schlecht aus sein muss. Mich wird's wundern, wenn das hier so viel Zeit in Anspruch nimmt wie Harkons Fänge. Hängt davon ab, wie viel optionaler Scheiß mit dem Kartentisch noch standet worden. Könntest du bitte diesen Scheiß Gesandten anvisieren, danke. Der ist ja schlimmer als die Jorik, Bruder, wenn man anvisiert. Ich gebe Storche mal hier. Ich hab hier ein bisschen viele, bisschen nervige Sachen um mich rum. Mit dem kann man aber klarkommen. Und wir kommen zurück zum Gesandten. Alter, geht hier überhaupt kein Schaden. Okay, Kreischer ist super resistent liegen, das wirst du es mal merken. Soll ich mal in den Gen-Logs, mach ich mal sofort hin. Ich würde es vor mich doch wieder fassen. Ich würde ihm ja gerne sagen, dass er weiter hinten reißen soll, aber ich hab diese Taktik-Option ja nicht. Das mich wundert, weil ich meine, zumindest die Option, die ich irgendwo mal gefunden habe. Das sah gerade sehr ungesund aus mit den Beinen. So, haben wir hier noch? Das war ja nur eine Flechttreppe, okay. Ja gut, Zahnräder habe ich keine mehr. Ich müsste wieder nur das Neue finden, wenn es noch irgendwelche Tür geben soll. Das war mal eine Treppe. Aber was für ein Zufall ist der Erdrutsch hier so gerade nicht runtergegangen. Und es schweigt jetzt nicht wieder. Warte, lag ein Zahnrad. Okay, da ist der Questmarker. Das heißt, ich will das mal hier runtergucken. Vielleicht ist hier sowieso eine Sackgasse. Oh, noch ein Zahnrad. Und, achso, noch Sommerstein. Und du wirst ein Flechtrebe? Nee, Spindelkraut. Ja, ja, logisch. Flechtreben waren ja die. Ja, der war meint. Die habe ich nicht übersehen. Okay, jetzt haben wir wieder drei Zahnräder. Jetzt muss ich... Die führen zusammen die Wege. Noch ein Zahnrad. Hi. Nochmal Hi. Ja, Zeitlupe. Die Angriffe der dunklen Brut nehmen zu. Wir müssen ganz in der Nähe eines Nestes sein. Das erklärt den Gestank. Ich gebe, da kommt mal ein Schild. Bauen wir ein bisschen Rüstung auf, Kumpel. Wo sind die hin? Oh, du hast den... Kriegsschrei. Nicht in den Aktiven. Das erklärt ein bisschen was. Warum du nie Rüstung hast. Aber am Sagen, er hat diese blöde Enterkette. Das wollte ich nicht. Achso, ich habe ein Bewegungsbefehle. Gut zu wissen. Ähm. So, weg mit dir. Und Vorreiter. Hallo. Danke, meine Herren. So, Kriegsschrei für dich. Der hat erhöhte Prio. So, und dann generiert der auch mal Rüstung, der Gute. Und dann denkt man auch, dass die Karte voll auf. Nicht, dass hier noch ein Zahnrad liegt, wollte ich gerade sagen. Und siehe da. Und das sah gerade aus, als bräuchte ich für das zweite Runentor vier Zahnräder, die ich gerade just mit dem hier gefunden habe. Japp. Ne, fünf sogar. Ja, ich habe fünf Zahnräder gehabt. Rotmutter. Ah, noch nicht. Aber ich sehe schon wieder Zahnräder. Aber kann ganz gut sein, dass hier noch eine Prio da kommt. Ja, okay, halb ich mich mal eben kurz. Gut, ihr nervt gerade ein bisschen. Aber das ist noch nicht im tragischen Bereich. Da seht ihr mal schon, schon ein Blackwall-Rüstung, ne? Komisch, was so ein anderer Skill ausmachen kann. So, der entscheidende Skill, wenn es um die Rüstung geht, bei zwei Handwerkskriegern, wo gemerkt. So, einigermaßen voll frei losgeworden, würde ich mal sagen. Ah, zehn Kreischer müssen wir killen. Okay, ja, alles klar. Was auch immer du vorhast, lass es. Klappt das jetzt? Ja, hat geklappt, okay. Auch wenn der Kreischer gar nicht auf die Kohl gegangen ist, weil er nicht mehr gehen wollte. Das sah nur so aus. So, mal das Rüstung ist jetzt so richtig, wie da, aber wir haben bereits erörtert, dass das den Kreischer einherzig egal ist. Die Kriege sind dann aber noch voller Rüstung. Das ist sowieso mein passives Stück. Ne, da liegt ein paar Zauberer. Also, zum Minecraft-Fan sind wir gerade dabei. So, zwei Stück fehlen noch. Leute, wieso, wie ist Kohl jetzt da hingekommen? What the fuck? Bitte. Und bitte mal trinken. So, und weiter geht's im Text. Geh halt nach da hinten, wenn du sonst keine freie Schussbahn hast. Aber geh nicht mitten ins Kampfgebiet rein. Wir dürfen uns nicht umzingeln. Torlock Alpha ist in weisem Zwischen. Und noch ein bisschen anderes, äh, Gefühl. Viech. Ah. Dach. Dach, da Cole schon nur da vorne. Dachte mir, Moment mal. Ich muss nicht mal schütteln, weil ich keinen Schaden kriege. Ich bin ja so. Jetzt wird Gendlock Alpha aus der Reihe. Na schön, danke auch. Ja. Ja. Ich glaub's hinten da ist normaler Hörlock. Okay, dann nehmt ihr den da und hier. Hier kurz. Irgendein, dass man schau auf den geht. So, jetzt ist was da hinten noch irgendwas. Was ist das hier? Armschiene von dem Hörlock Alpha. Irgendwann. Hier, die Luft ist was. Bisschen Schwefel in der Luft. Oder Ruß. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall dicke Luft, ja. Dacht, da hatte ich hinterbei Cole. Was spürt? Hab ich das Glück gehört? Was willst du denn? Was willst du denn? Noch ein Schütze. Oh, Gesenders Rüstung ist fast los. Ich bin beeindruckt. Schon fast ne Leistung. Nein, das ist ne Leistung. Gesenders Rüstung. Ah, warte, ich denk. Cole, wo rennst du hin? Warte, warte. Kriegt Gesenders Rüstung gerade Schaden? Oh, ich hab das doch wieder vor den Karte geknickt. Na komm, gib mir mal den da. Wo ist Cole? Hä? Hä? Wie ist das passiert? Na egal. So, weg mit dir. Oh, weg mit dir. Da ist noch einer. Endlock. Du erreichst mich nicht. Ja, der erreichst mich. Oh, war keinem los. Auch gut. Der geht nicht besser. So, tot. Ja, sieht tot aus. Der muss ein bisschen heilen. Das ist immer noch die ganze Quest mit... Okay, was ist hier? Wieder ein Auftrag? Ja. Sobald ich's Lager ab, geht's zurück an den Kartentisch. Oh, wo war's Lager? Ja, in dem Fall. So, und dann... Äh... Markiere ich mir dich mal kurz, damit ich dich... Wobei, du hast... Das ist ein Inquisitionsmarkt. Wieso wurde mir den nicht angezeigt? Ähm... Kann man das noch retten? Ja, dann war. Gut. Ich hab keine Zahnräder, ne? Ja. Soll ich was? Auch nicht so der Hebel. Okay, dann erstmal gucken, ob hier irgendwo Zahnräder sind. Und ansonsten... Heißt es, ab zum Lager. Theoretisch müssen ja auch immer noch Wellen von der Dunkel und Brut sein. Auch wenn ich von hier grad nicht viel sehe. Die wollen auch Kampfen, komischerweise. Die noch irgendwas? Nee. Ja gut, dann... Ab zum Lager. Und damit dann zurück zum Kartentisch. Vielleicht liegt hier noch irgendwo ein Zahnrad. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht mal. Nee. Ist das der richtige Weg überhaupt? Ja, so. Kind of. Hab ich sehr wichtig, den ich vorhin gesehen habe, oder? Ich hab noch einen anderen Weg gesehen. Hier hinten war doch noch einer, oder? Oder spiel ich jetzt komplett? Nee, doch nicht. Okay. Hab mich geirrt. Gut, dann... Hallo, Gendlong Alphas. Hier steht sowieso auf meiner Liste. Ich würde euch nochmal anmerken, dass eure Schilde meine Geschossen nicht blocken. Das ist sehr angenehm. Und das... Hier nicht genug Schaden macht, um meine Barriere zu durchbrechen. Ebenfalls sehr angenehm. Okay, jetzt blockt ihr meine Geschosse gerade aktuell. Muss wieder weniger angenehm. Aber meine Kenntnisse treffen trotzdem. Ich mach doch irgendwie nicht wirklich Schaden, die Gendlong Alphas. Das ist noch normaler Gendlong. Oh, jetzt wird aber die Kavallerie amarschieren. Haben wir gerade einen Taunt-Up. Der ist auf Pooldown hier. Du hast... Du hast deinen Taunt-Up. Nicht, dass hier noch irgendeiner auf die Idee kommt, uns hier zu flankieren. Und auf die Fernkämpfer zu gehen. Weil das würde ich begrüßen, wie das nicht passiert. Blackboard hat keine Rüstung mehr. Rana. Danke. Und da ist ein Gesandter. Seit wann gehen Gesandte ich aus wie Arkane schrecken? Das sind doch noch ganz normale Hörlocks mit haltem Stab dann. Wie, ich jetzt hier. Ich kann den nicht anvisieren. Jetzt. Fokus bitte. Danke sehr. Da lag noch einer, Leute. Ich hab' ich gesehen. Stirb endlich, meine Herren. Du tauntest gerade sowieso? Okay. Ja, mach's halt auch. Warte, hab ich durch? Oder was? Ach, keine Ahnung. Ah, ne, er dritt unten. Okay. Nur einen leichten Delay gehabt. Soll mir recht sein. Nein, brauchen wir jetzt hier nicht, weil die sind gleich wieder im Lager. So, dann schützt du bitte einmal. Willkommen dann noch, meine Herren. Okay, das waren jetzt aber nur ein paar zum Glück. Ich meine, ja, in der Quest stand Wellen, der Dunkelbrut, aber trotzdem. Oh, ne, ich kann jetzt noch ein Level ab. Noch eine Aktive zu geben hat eigentlich keinen Sinn. Wir können deine Skills, die du hast, ein bisschen verbessern. Das wär ganz cool. Ja, die hat eh alle Passiven. Was machen wir hier? Hm. Müssen wir mal ein bisschen mehr Schaden machen, aber Schaden braucht sie eigentlich nicht. Andererseits ist es anders. Die Alternativen sind eh bloß. Gibt mir ein bisschen mehr Stärke, wieso nicht? Weil sie hat eh alles andere. Oh, das wär sowieso ganz nett. Okay, dann hier lang. Und zusehen, dass wir keine Zahlenrede überall sehen. Also erstmal hier rum. Oh, hier geht's noch ein ganzes Stück weiter. Das ist bloß ein Erz. Das ist auch bloß ein Erz. Das sind auch bloß Erze. Der kratzt jetzt bitte hin. Oh, Silberritt. Okay, das nehm ich dann noch. Vorne liegt das Zahnrad. Das nehmen wir doch gleich mal mit, sobald diese Spinde kaputtgekloppt wurde. Was vielleicht der Fall sein dürfte. Und zwar genau jetzt. Volkstag. Diese Geschick-Argummen sind ja gar nicht mal kacke, aber so viel brauche ich nicht. Das ist ja bei Sackgasse, ne? Und dann weiß ich ja gut, dass wir jetzt lang sind. Zahnrad mitgenommen und noch ein bisschen Kodex. Dann gehen wir mal in der Hauptraum, damit die Battlemucke endlich aufhört. Hoffe ich zumindest, dass er endlich fertig ist. Weil laut Anzeige haben wir erst die Hälfte gekillt. Schlangenstein, oder? Ja, Schlangenstein. Den brauche ich nicht. So, das ist ein Ogre. Oh, das ist ein Ogre-Alpha sogar. Ne, normaler Ogre. Dann drauf. Es sind zwei Ogre. Okay. Na dann, der ist recht drauf. Die macht schon mal selber Kriegsschrei. Jawohl. Dass es in irgendeinem Grund keine Rüstung generiert hat. Aber für den Fall haben wir ja Schilde. Das kann es eine Weile dauern. Weil ein Ogre ist, denke ich. Aber zwei Ogre? Das killt man nicht so schnell. Wobei, ich könnte eigentlich auch einfach das für machen. Sonst kann ich nicht, weil ich habe nicht genug Reichweite. Jetzt kann ich. Ich habe die zwei Charges. Ach, das wird stärker. Ach, das sind uns alle Charges. Okay. Hat die jetzt nicht wirklich interessiert, ne? Nieses hat Blackwall mal bis los noch aufgebaut. Ist ja auf, weil hallo Gesandter. Wie habe ich den übersehen können? Das ist ja aufgebaut. Da ist es. Werdig ist es geportet. Ja, hat er lautet, das ist auch zu groß. Meine passiven Kettenflitze. Das ist halt echt ein nice Talent. So, weiter draufheißen. Alles, was wir haben. Die auch geholst wird. Ja, also meine Barriere steht, würde ich mal sagen. Okay, das machen meine Blutze. Das ist natürlich, wenn wir irgendwie verfehlen. Aber es ist egal, wenn ich das noch gesandt habe. Ich bin ja nicht anwesend. Kann. Ach so, hat sich jeder weggeportet. Okay, wir versuchen mal was. Ich habe gesagt, du sollst in Verstohlenheit gehen. Danke. So, kurz warten, bis wir wieder Ausdauer haben. Also. Ich bin ein bisschen nachkommen. Das sah zum Glück und ein bisschen buggy aus. Oh, jetzt hat Cole Agro von dem Gesandten. Und dreifelt sich, dass er den Gesandten killen soll. Aber das ist fein. Denn wir haben ja den da. Hier kommt bei dem Oberlinks. Das heißt, Cole kann ich um den da kümmern. So, kurz warten. Perfekter Schuss wieder abhaben. Jetzt. Ist das gecancelt? Oder was ist passiert? Ich bin nicht hinzukommen. Oh, das ist nicht nett. Hast du gerade mal... Hast du... Das war schön, weil... Oh, der... Der hält gar nicht. Ach, das ist... Der hält gar nicht. Oh, der hält gar nicht. Habe ich mich geirrt? Verrängst du jetzt bitte mal? Oh, der hält gar nicht. So, weg mit dir. Jetzt wieder zu euch. So, weg mit euch. Und jetzt noch ein Geld durch. Das ist ein gesandter Alpha, oder was? Ja. Target, Leute. Danke. Was war das? Oder viel besser, was wäre es gewesen, hätte ich kein Schiff gehabt. Holy fuck. Nicht teleportieren, bitte. Ja, das kostet nur nur die Zeit. Auf den Alpha, bitte. Ich bin schon wieder nicht anvisieren, kann ich wissen, dass... Ist der AOE trifft ihn, aber... Ich finde die Hitbox nicht jetzt. Das ist halt echt nervig. Äh... Cole, du machst vielleicht da einen Rückzieher aus dieser... diesem AOE-Ding. Ach, die ist auf ihn getargetet, okay. Nein, Glück war die Barriere unbekannt. Ich weiß, da ist ein schwacher Gesandter hinter mir, aber der Alpha-Gesandte in der Straße noch ein bisschen mehr als der. Bei, ich glaube, die kommen mal kurz... Ich hab doch Bann, einfach Barriere weg mit dir. So. Tschüss. Wo habe ich den Spiel? Also... Ja, das ist gleich klar, aber... Dafür wurden wir da gerade. Wie sie noch mal immer auf Cole. Na, komm. Ich gehe auch Channel-Panisierung ab. Ja. Okay. Ich glaube, ich behalte Bann doch. Es ist ein bisschen flexibler. Als einfach nur stundenweiterer der Litch-Spell. Ich gehe überhaupt keinen Schaden. Gut, ihr geht ja auch nie auf den, ne? Aber gut, der Ad-Wex-Signal ist natürlich auch nicht das Blödeste, was man machen kann. Nein, Kumpel. Kein Schild. Immer, Paul. Also, es kündigt sich an, sonst wie kann man es mit dir denken. Aber trotzdem, jedes Mal. So, jetzt wieder da. Gut, dann bitte mal weg mit einer scheiß Barriere. Und jetzt wieder... Ui, was ist da passiert? Wieder neue Gendlocks. Komm auf den Gesandten, Leute. Bitte. Lass nicht zu, dass dieser Gesandte die Schlacht kontrolliert. Wir bestimmen den Kampf. Ja. Er kontrolliert ja auch nicht. Der hält nur scheißig viel aus. Wenn er die Skills ist vorhersehbar. Und wenn meine Mains mal raten würden, dass sie auf den gehen, würde ich das auch nicht irgendwie Akku wechseln. Wäre das sehr hilfreich. Aber hey, wem sag ich das? Den da bitte. Jetzt machen wir bitte den hier. Ob ihr das gefällt. Nein, du machst jetzt keine Scheißbarriere. Und weg mit der Barriere. Okay, also gegen Ossie mit Schild ist das Bug halt. So. Und ein Effekt. Und bitte alle auf die Scheißgesandten, Leute. Danke. Holy shit. Das war mal ein Miniboss. Also nein, eigentlich nicht. Ja, der ist halt gut ausgehalten. Mal wieder. Nein. Ja, gut. Der ist weg. Sieht das Ländler wohl anders. Danke. So, was auch immer hier liegt. Hier Axt. Wow. So, was ist hier jetzt? Ja, das hat mir gelootet. Hochwertiger Gürtel des Schutzes. Isanas Lied. Der ist schwächer als meiner, oder? Ja. Aber es ist nicht viel schwächer. Was hat denn der für Passiven? Plus 41 Magie. Und 10% auf extra Kettenblitzschaden. Holy fuck. Ja, ich nehm den. So, Lager. Partende. Bis zum nächsten Mal. Ciao. bomb Die. No. Du. Also fol shout. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.